Hallo, ich bin Julia Hussmann. Zusammen mit Carsten Jähner leite ich das Sinn-Frühförderprojekt Toni singt. Gott sei Dank hindert die Pandemie Corona die Menschen nicht daran zu singen. Sei es auf Balkonen oder in tollen Videos. Kommt, lasst uns singen. Zeigt ihr uns doch, Dozentinnen und Dozenten, Erzieherinnen und Erzieher, Liedergarten und Liederkindergartenlehrerinnen und Lehrer, Großeltern, Eltern und ihr Kinder, dass ihr zu Hause Toni singt, Lieder singt. Schickt uns Home-Videos von euren Toni singt Lieblingsliedern. Gerne auch mit Spiel, Bastel und Tanzideen rund um diese Lieder. Wo singt ihr in euren vier Wänden? In der Küche, in der Badewanne, zusammen mit euren Familien, mit euren Haustieren. Zeigt uns das. Die drei originellsten Einsendungen erhalten unser neues Buch Toni singt Handbuch für das Singen in der Kita von Barbara Völkel und Professor Andreas Mohr, erschienen beim Schott Verlag. Darin findet ihr noch viel mehr Lieder mit Spiel- und Tanzideen dazu. Solltet ihr das Buch zu Hause schon in eurem Regal stehen haben, gibt es auch andere schöne Geschenke. Möchtet ihr darüber hinaus das Buch bestellen, könnt ihr das bis zum 1. Juni Porto frei für 26,50 Euro, indem ihr uns direkt eine Mail schreibt an info-toni-singt.de. An diese Mailadresse schickt auch bitte eure Videos unter dem Stichwort Toni singt zu Hause. Wenn wir diese Einsendungen veröffentlichen wollen, melden wir uns natürlich aus Persönlichkeits- oder datenschutzrechtlichen Gründen bei euch. Bis dahin wünschen Toni und ich euch viel Spaß beim Singen und Aufnehmen. Tschüss!